so das haben wir da war jetzt noch eine quest quest neben quest der vergessene und auf karte anzeigen da hinten ist er ach du liebe zeit plünderer areal ach du liebe zeit gut die auf jagd nach lohe und scherben rede mit krass und falsch um eine stolperfalle echt weit weg ich meine ich bin hier und das ist es ist heftig ziemlich weiter weg nicht alles so tut für ein bisschen erfahrungspunkte konzentration haben war wann ist das jetzt hier fällig was sind zwei ich habe nicht mehr so viele punkte ich verstehe bewege dich mit schweren waffen schneller ja gut okay gut 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 das kann erstmal knicken dann machen wir es mal hier weiter und machen wir die neben quest sollte eigentlich jetzt relativ fix gehen und wenn wir die weg kamen dann können wir uns wieder an die haupt story setzen da muss ich ja da muss ich gelangen und ich muss auch passen sich in zweikampf gehe ich war jetzt wirklich zweimal ordentlich vermöbelt beim zweiten was so unnötig aber ja zeit wenn man zu viel rumquasselt und weniger das mal was das mal leben und weniger sich auf die gähne konzentriert das kommt dabei raus das ist was dabei rauskommt oh das ist ein pönderer der hat sich aber jetzt nicht so gut gefährt ein bisschen mehr erwartet sagte er und stolperte über einen stein und braße sein genick wo kommst du denn her ist noch einer ja mit zwei gleichzeitig muss ich mich jetzt hier nicht anlegen das muss ich jetzt nicht unbedingt haben und ich muss mal wieder ein paar heilpflanzen okay da haben wir schon mal eine heilpflanzen sammeln weil wie gesagt ich habe jetzt sehr viele verloren in dem ein areal da so nicht alles soviel hätte wie stöcker das wäre super das sieht ja sehr einladen da unten aus so ich weiß nicht wie lass ich mich jetzt fallen so steuerung wäre eine idee steuerung ist also die möglichkeit um da irgendwie runter zu kommen von solchen vorsprüngen ich habe niemals gedacht dass ich das auf einem pc spielen würde wenn ich ehrlich sein soll muss ich das jetzt extra skillen oder so hinterhalt angreife anscheinend kann es nicht moment 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 lockruf nein 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 das kritischer treffer klag von oben ziel balance unauffällig klag von unten starker schlag ausweichtalent landung ist das wir gucken ob es das ist das muss es ja sein oder das ist das war's sehr gut das war's habe ich den auch kann ich mich nämlich an den gegnerrand schleichen sehr gut habe noch ein tarn kill und krieg extra punkte so jetzt muss ich das lager untersuchen untersuche das lager kürzlich gelöscht kann ich noch etwas untersuchen oder war's das ganz toll ähm ja aktualisiert in dem quest ich habe doch jetzt bei der quest suche nach hinweisen was mit ihm passiert ist untersuche das lager ich bin noch beim lager da habe ich gerade aktiviert ja eh drücken wir ne ideen untersuche das gebiet mit deinem fokus ja einfach mal eine blutspur untersuchen ja komm ja ich stehe doch direkt davor gibt es denn sowas tja was ist mit dem brum passiert ich weiß es wirklich nicht mehr kann mich nicht mehr erinnern was da war aber ich finde sie gleich raus da ist so ja er läuft noch da ja er läuft noch da muss gucken dass ich an der körperhalterung ablesen kann wo diese person hin läuft irgendwo hier lang muss ich warten bis so ein wächter hier untersucht hat sei denn er lässt vorher locker ja komm suchstatus weg umdrehen und dann kriegst du ein sperr an die seite so dein kollege ist schon mal weg du kannst gerne noch dazu kommen ich habe hier noch ein bisschen platz für ein paar wächter komm ruhig her gönn dir so ja also die schlauesten sind sie gerade mit der aktion nicht irgendwie versammeln sich hier und lassen sich gerade von mir total auseinander nehmen ich mir soll es recht sein kann damit sehr viele scherben sammeln so jetzt habe ich die buttons vertauscht sehr gut ja dann wollen wir uns mal hier nicht da komm da komm da komm 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 so das hätten wir wächterherz nicht auch nur einfach zum verkaufen irgendwie war da irgendwie als wäre das auch nur so ein gegenstand den man dann beim händler eintauschen kann auch ganz gut dass wir gerade hier ein bisschen in den zweikampf gehen weil wie gesagt das dankt uns auf jeden fall unser metallscherben vorrat weil jetzt haben wir nämlich 23 und vorhin hatten wir glaube ich nur noch sechs oder so natürlich auch nicht so geil wenn wir die ganze zeit unseren vorrat hier verbrauchen so so warte mal da geht es sicherlich nicht hin schnell speichern ich glaube da war ich schon mal oder ich kann mich nicht erinnern ne sieht neu aus da suche den schreien brauche ich vom schreien weg folge den spuren jetzt noch weiter geht weiter ja das ist die richtige laufrichtung oder laufbehaltung war jetzt oh nein oh nein wo ist denn jetzt hin alter Ja, mach ruhig weiter so Sag doch, mach ruhig weiter Kann ich nur noch treffen von hier, oder? So, der da unten sucht jetzt auch Stress Nur ich suche keinen Stress Ich würde das gerne jetzt irgendwie ein bisschen stressfrei lösen Aber es geht halt auch direkt da durch, ne? Kann ich mich von hinten anschleichen? Bitte, 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 bitte Nice Sehr gut Sehr, sehr gut So, hier sind die Spuren Gehen wir jetzt weiter Es sind ja eigentlich überall Gegner Nee, warte mal Untersuch doch mal das Ding Untersuch den zerstörten Wächter Folge den Spuren Hier ist er weitergegangen Versuch mal jetzt den Wächtern auszuweichen Muss mich hier jetzt nicht überall prügeln Oh, die wollen es aber jetzt wirklich wissen, oder? Na komm Ja, man kann halt auch auf den Ich glaube einfach so drauf schießen Problem dabei ist halt nur Dass er da nicht so viel Schaden nimmt, wie er soll Dann gleich ein bisschen Pfeile herstellen Suche noch nach mir Oder sowas von So Den auch Jetzt hätte ich noch gerne den anderen Weil wenn sie mich schon die ganze Zeit verfolgen Möchte ich halt Schauen, dass ich die Erfahrungspunkte kriege So Also zurück zum ursprünglichen Plan Nämlich den Brom zu finden Mein Gott, hier kann man sie aber auch echt leicht ablenken lassen Äh, Spur Ist sie jetzt verloren, oder? So So, wo ist denn jetzt hin? Ist er oben rauf, oder wie? So So Folgenden Spuren War der Brom nicht so ein bisschen wahnsinnig, oder so? Also wahnsinnig in dem Sinne, dass er Psychisch nicht ganz auf der Höhe war Ich glaube, der hat doch irgendwie Stimmen gehört, oder so, ne? Warte mal Da Da Wollen wir mal lang Was 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 Was